Liebe Handwerkskollegen und Handwerkskollegen, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind Friseurmeisterin. Sie haben im ersten Lockdown keine Soforthilfe bekommen, weil Sie mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ihnen wurde ein gutes Darlehen angeboten, ein Darlehen mit einem Adjektiv, von dem Sie noch nicht so richtig wissen, wie Sie es zurückzahlen sollen. Im zweiten Lockdown mussten Sie Mitte Dezember schließen. Die Dezemberhilfe greift gerade so eben nicht. Ihr Lebensunterhalt interessiert keinen Menschen. Ihnen wurde gesagt, Sie dürfen Überbrückungshilfe 3 beantragen. Das war dann ab Mitte Februar möglich. Und zur Belohnung, dass Sie die Gesellschaft vor Infektionen geschützt haben, dürfen Sie zwar am 1. März wieder öffnen, aber die Corona-Tests für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen Sie selbst bezahlen. Tests, die in vielen anderen Bereichen vom Staat, vom Steuerbezahler übernommen werden. Bei Lehrern, im öffentlichen Dienst, beim öffentlichen Personennahverkehr. All das zahlt der Steuerzahler. Das zahlen wir. Das ist ungerecht. Das nehmen wir nicht hin. Sachsen geht einen Sonderweg, der falsch ist. Und das müssen wir anprangern. Übrigens, über den Ticker kam gerade, dass Bayern die Kosmetika ab Montag wieder öffnen lassen möchte. Auch das fordern wir für Sachsen. Zum Schluss aber etwas Positives. Unser Bildungszentrum NUMI wird ab Montag mit den Ausbildungen wieder stärker einsteigen. Gerade was die Masterausbildungen angeht, die zweiten und dritten Lehrjahre. Das ist ein guter und wichtiger Schritt. Und eins lässt mich trotz aller Wut immer Mut behalten. Das Handwerk hält zusammen.